Und damit ein herzliches Willkommen zu meiner ersten Runde B-City mit einer Menge großen YouTubern. Mit dabei ist die Alkira. Hallo. Und ja, die anderen können sich das hier auch mal vorstellen. Nur weil du unseren Namen nicht weißt. Fail. Ja, ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, tut mir leid. Ja, Kilian, dann stell dich mal vor, du trägst auf. Ich bin der Kilian, der Realax-Programmer. Und ich bin der Brain. Der Brain einfach. Brain. Das ist ein Hirn von uns sozusagen. Ja, toll, Minecraft has crashed erstmal schön. Ja, das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr hochprofessionell. Ja, yay, dann erstmal. Da sieht ihr mal kurz schwarz einfach, aber ihr könnt ihr unsere Stimmen trotzdem weiterhören. Das ist aber auch wie alt. Ich bin richtig sexy. What the fuck? Ich habe 10 MPS. Ich habe auch über zu wenig, was ist da los? Ich wechsle mal schnell ins Default Protection Pack. What the fuck? Ich habe 50. Aber ich habe bei 4TBs, bei diesem Projekt habe ich generell recht wenig FPS. Vor allem, ich kann kein Opti-Find installieren. Ich bin da irgendwie zu blöd für. Kann man hier Opti-Find installieren? Ja, kannst du. Oh, das muss ich machen, weil ich habe echt wenig FPS einfach. Ich auch, aber ich kriege das irgendwie nicht hier nie. Das ist übelst kacke. Weil so macht das, glaube ich, auch den Abonnenten keinen Spaß zuzugucken. Wo bin ich eigentlich? So, ich habe mir jetzt mal 20 FPS rausgezogen. Ich bin voll Profi. Mal gucken. Oh, mich hat keiner beklaut. Ich bin Profi. Das wollte ich ja noch machen. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Ja, kannst du mal sehen. Das wollte ich letzte Folge eigentlich schon machen. Und jetzt, vor allem, ich bin jetzt irgendwie mitten auf dem Wasser. Aber ich muss ja erst mal zurück in die Stadt laufen. Oh, Leute, meine Pilze sind gewachsen. Voll episch. Das ist mal eine tolle erste Folge. Erst mal schön, die ganze Zeit schwarzer Bildschirm bei mir. Ja, das ist hochprofessionell. Ah, das ist... Wir sind einfach hochprofessionelle YouTuber hier, das ist... Und das hat auch keiner recht, den Ring auszumachen, ne? Nee. Nein, dafür müssen wir Mario wecken oder so. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, ist das... Oh, wie schön ist das, dass so viele Pilze gewachsen sind. Oh, wie schön ist das, dass ich nur maximal gerade 20 FPS habe. Ja, reg dich darüber nicht auf, 20 FPS laufen flüssig. Nein. Bei mir schon. Oh, wie schön, dass es bei mir gerade so ist, dass es noch nicht mal mein... Das ist... Noch nicht mehr... Ich komme nicht mehr da rauf. Ja, das ist natürlich bitter. Ja, das ist wirklich bitter. Ja, jetzt endlich. Ey, warte, hier ist ein Grundstück von irgendwas. Aber ich glaube, mir mal ein bisschen Zuckerrohr. Hey, du Drecksau, geh von meinem Zuckerrohr weg. Das ist mein Grundstück. Der klaut bei mir von meinem Zuckerrohr. Gefängnis. Gefängnis. Ja, äh, ich brauche mich im Game Mode, ich baue das Gefängnis, dann darf er erst mal die nächsten fünf Folgen bleiben. Ich glaube, es gibt ein Gefängnis. Ey, das liegt da sogar noch im Wasser. Ich habe es nicht mehr aufgenommen, weil mein Inventar voll ist. So eine Drecksau, ja. Dann habe ich dich einfach nur ein bisschen getrollt. Hat von euch noch jemand einen Wolle? Nö. Und da wollen wir uns schnell hinlegen, solange Adel ja noch nicht drauf ist. Ja. Also bei mir ist das schon wieder gecrashed, das ist irgendwie voll komisch. Alter, gehst du weg von meinen Kisten? Verzieh dich. Ja, äh, ne, er war ja auf deinem Grundstück, das war ja alles legitim. Er war in meiner Kiste, das war noch legitimer. Ich wusste nicht, dass du fast tot bist, aber ich habe nichts eingesammelt. Ganz herkar. Ja, er hatte jetzt schon 150 Level natürlich, die will er natürlich jetzt alle von Alkira erstattet haben. Ich hatte nur 23, oder? Selbst schuld. Das geht nicht an fremde Kisten. Ich habe doch nur geguckt. Ja, 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 ja. Soll, ich hätte schön was verzaubern können. Hier liegt noch was. Und dein Level, dein Level ist an meinem Bett. Eeeh. Mach mal das Level auf. So, dafür verzauber ich jetzt was bei dir. Ja, kannst du machen. So, Verbrennung. Geh weg. Wo geht's wieder raus? Das sind Kontrolle. Ich bin einfach wieder. Können wir jetzt bitte schlafen gehen? Ja, bitte. Okay, wo habe ich mein Bett? Da ist mein Bett. Oh, warte. Mein Robber ist gewachsen. Ich such gleich noch einen Wolle und dann kann ich dir ein Bett bauen, Adrian. Du gehst jetzt ins Bett. Ja, ich bin doch schon dabei. Bei mir ist es einfach nur Fail. Chill deinem Lohr. Hast du auch Light genommen? Feed to be slide? Ich liege im Bett. Feed to be slide? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, muss mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt es natürlich mit Ultraconnect. Ja, glaube ich schon. Ich werde nichts daran. Bei mir ist die Aufnahme sowieso schon seit paar Minuten zusammengebrochen. Ja, du musst dann einfach cutten, wenn du wieder draufkommst. So. Aber bei uns hört man ja, wie schön du gefehlt hast. Eben. Das heißt... Aber bei mir hört man noch nicht mehr die Stimmen und so. Das wird wenigstens nicht in Vergessenheit geraten. Ähm, was wollte ich denn jetzt machen? Ich weiß, ob mein Zeug wird gerne noch rum. Ja? Du kannst mit uns reden. Ich? Ähm, 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 ja? Was? Eine Freundin hat gerade angerufen und ich habe einfach aufgelegt. Ja, nett. Wie kommt sie auch dazu, mitten in der Aufnahme einfach anzurufen? Die kann sich das machen. So schnell. Das ist richtig, bist du so ein richtig famer YouTuber. Aha, das ist... Oh, doch. Ultimate, ähm, Darywolf, ähm... Wo haben wir jetzt hier? Fietebeast Light. Ja, ich habe wirklich die ganze Zeit mit Ultra. Ich werde gestorben. Du wirst mich niemals kriegen. Ich gehe jetzt in den Untergrund. Ich bin auf meinem Grundstück. Ja. Ich brauche Essen. Du hast eh eine Fail-Aufnahme. Ich habe Essen. Ich bin episch. Kannst du an mich veranaschen? Warte umsch. Traum weiter. Ich will mal nicht veranaschen. Ach komm, du hast mich doch vorhin so geschmeichelt, dass ich vorbeikommen soll. Ja, und? Das war vor der Aufnahme. Jetzt hast du gesagt, dass du in etwas aufgenommen wurdest. Im Kuckuck-Clan, glaube ich, war das, oder? Ja, ja. Kuckuck-Clan? Ja. Ich bin jetzt YouTuber, äh, Partner. Angeber. Beim Kuckuck-Clan. Ja, die wollen unbedingt fame YouTuber haben und da haben sie sich gedacht, nehmen wir uns einfach mal den Rapper. Seid doch froh, ihr bekommt hierdurch auch Aufmerksamkeit. Was wollte ich jetzt hier eigentlich bauen? Hast du bei deinen anderen Videos auch alle gesagt. Mit meinem Fail-Video hier, ne? Klar. Ey, was wollte ich denn bauen? Ich habe drei Batterien hier. Ach, eine Bedbox. Du wolltest einen Generator bauen. Ne, ne, Generator habe ich schon. Ich habe auch schon einen Messerator, eine Bedbox. Dann wolltest du mir, ähm, Bedbox bauen. Habe ich doch gerade eben gesagt, hörst mir nicht zu. Ich hör dem nie zu. Meine Freundin ist jetzt ein bisschen angepisst. Ich schreibe so, kann gerade nicht. Sie so, fick dich. Fick dich, Kuss, mein Lieber. Tja. Du hast von dir Angst, dein Bruder. Ja, ich habe schon Level 7. Ich bin voll, ähm, imbar. Ich hatte Level 23. Ähm, 36. Du hast mich die Akira geförtert. Ja, du verzaubere doch endlich mal. Ja, ich brauche jetzt Bücherregale. Ich habe vier Leder. Habe ich in der Kiste. Kannst du rausnehmen, wenn du willst. Ja, warte, ich habe auch Leder. Ja, 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 das sagst du so und dann killst du mich, ne? Ah, ne, ich habe keinen Leder. Tut mir leid. Aber ich hätte sie auch so nicht gegeben. Ey, ich habe den Spitzake geklaut, also bei mir darfst du rausnehmen. Ich habe euch am Anfang auch Schwerter gegeben, ja, zur Selbstverteidigung. Ja, mir hast du, glaube ich, sogar zwei gegeben oder so. Warum stehen hier Bäume aus Erde? Bei mir? Ne, am Sporn. Alter, was geht hier ab? Ja. Das ist doch cool. Ja, da würde ich mal den fragen, der die Magie so weit hat. Der scheint dort auch dann ein bisschen rumgespielt zu haben. Er hat ja auch, ob sie die Jahnbäume gemacht. Ich glaube, das hier ist das Gefängnis. Hier steht ein komisches Haus. Ich muss nicht ins Gefängnis nach. Leute, wir haben ein Gefängnis. Doch, da hast du den Zuckerrohr noch geklaut. Ja, ich habe dir nichts geklaut. Du kannst in meine Aufnahme gucken. Ja, das ist ein Gefängnis, das sind zwei Zellen. Es ist cool gebaut. Ich hoffe, da steht YOLO und Zweck dran. Steht da ein Radio? Das wäre dran nämlich nicht geklaut oder so. Nein, gar nicht. Seid mal kurz ruhig. Alter, hier steht ein Radio, was man dann ausschalten kann. Ach, das ist aus dem Portugal-Mod. Egal. Ich kann nicht mehr rennen. Ovanium, ich mache mir gleich jetzt mal Atomkraftwerk und so, ne? Nein. Ey, nein, du bist mein Nachbar. Das geht voll gar nicht. Ich hoffe, du sprengst dich in die Luft mit dem Teil. Nein. Ich glaube mir, ich weiß, wie man mit einem Atomkraftwerk umgeht. Nur das Ding ist nicht. Ich weiß, wie man es baut. Ich weiß, wie man es baut. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ich weiß allerdings auch, dass es scheiße ineffektiv ist. Es bringt einen gar nicht. Deswegen mache ich ja auch Wasser. Wenn ich jetzt hier hintergehe, müsste dort auch ein Raum sein. Oha. Das ist so unfair. Die sprechen nicht schon über Atomkraftwerke, Wasserkraftwerke. Und bei mir installiert gerade mal Forge. Das ist bitter. Ja, irgendwie. Naja, ich würde dir mal sagen, diese Zeit wird jetzt auch nicht von deinen Sachen abgezogen, wo das Spiel nur gecrasht ist. Nee, wir machen eine Ausnahme. Eben. Apropos, wie lange wir gleich sind. Und dabei habe ich gerade mal zweimal falsche Dings geklickt. Ja, rede mit uns. Ich? Akira. Was? Du hast eine Turtle, oder? Nein. Ich will eine bauen. Ich habe mir eben erst mal Essen bei dir geklaut. Egal, wen die Turtle gehört, dem klaue ich jetzt die Sachen, die die Turtle freigelegt hat. Gefängnis! Aber du klaust ja nicht aus der Turtle, ne? Nö, die Turtle ist da oben, aber ich gehe nach unten, die hat einen großen Raum hier freigelegt. Wenn es unter deinem Grundstück ist, ne? Ich weiß nicht. Gefängnis! Warte, bei mir wird ein Name angezeigt. Persos, bist du gerade auf irgendein Grundstück? Ja, auf meinem. Hast du eine Turtle gebaut? Nein. Vielleicht bin ich noch nicht. Ich habe mir jetzt Charts geklaut. Oh, ich bin so böse. Charts kannst du von mir auch haben. Ich mache sowieso keine Magie, da bin ich nicht zu bedürflich. Leute, ganz kurz. Ja. Wer hat auf die Uhr geguckt? Also, Outer City läuft bei mir zehn Minuten. Okay. Bei mir wahrscheinlich schon 20. Aber, ja. Ja, bei nein, aber ja. Boah, es läuft seit 20 Minuten. Mein Kampf hat sich jetzt endlich geöffnet. Ich muss erst mal Ihren Pulli anziehen, verkalt hier. Musst du nicht. Doch, muss ich. Das kann sich natürlich auch für die Aufnahme ausziehen. Ja, eben. Darauf wollte ich hinaus. So, Warte, nein. Ja, aber wenn ich das mache, was... Dann hätten wir mal eine schönere Facecam als die von diesem Real-Pro-Gamer. Ja, habt ihr ja nichts von, weil ich mache ja nicht Facecam an so. Dann mach Facecam, da kriegst du bestimmt 1000 Abonnenten. So wenigstens war auch alles nur wegen meiner Facecam. Du, ich habe jetzt aber gar nicht mehr die Server-IP. Du bist so ein Lauf, weißt du das? Ja, ich habe die nur in Ultra. Dann frag Mario mal bei Skype, weil wir können es jetzt schlecht geben. Ja, ja, mach mal schnell. Aber ich kann das ja machen, ich bin dann die, die immer nackt zockt. Ja, du bist die extreme Jerikasch. Ich habe keine Hosen mehr. Ich mache dann die Facecam so, fängt dann unterm Kinn an, ne? Oh, ja. Stirb, Zombie, stirb, 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 stirb. Oh, ich bin so episch. Geil, das ist sogar noch... Hier können meine Zuschauer auch mal sehen, ich kann Block hitten. Ey, ihr lenkt mich so ab, bis ihr da... Wo war gerade eine Explosion? Regenswur. Das hatte nichts mit mir zu tun. Ähm... Ähm... Habe ich jetzt schon? Ja, habe ich. Mal sehen, wie schnell Mario diesmal antworten wird. Kabel, Kabel, Kabel... Stimmt, der Kabel wollte ich auch legen. Habe ich gerade. Gerade mal wofür? Nicht für die Wassermühlen, die ich gerade gebaut habe. Für dein Electric Furnace. Nein, ich habe keinen Electric Furnace. Das war für die Wassermühlen, die ich gerade gebaut habe, aber ich habe doch eben gerade gesagt. Nein, du hast gesagt, es ist nicht für deine Wassermühlen. Die ich nicht gebaut habe. Die du nicht gebaut hast. Also ich werde versuchen, auf Geothermal zu gehen. Also dafür brauche ich erstmal ganz viele Diamanten. Weißt du, jetzt fühlt er sich, weil er sich mit dem Mod auskennt. Das war ein Angeber, ey. Ich versuche halt mit Infos von dem Mod dann Abos zu kriegen und Zuschauer. So, ich kann auf jeden Fall jetzt... Nächster wie du, du willst einfach nur, dass die Leute dein Face sehen. Bis Level 8 kann ich jetzt verzaubern an meinem Tisch. Also falls jemand verzaubern will. Geht eigentlich irgendeiner von euch gerade mit Facecam? Nein. Nächstes Mal vielleicht. Oh nee, dann zieht er sich wieder aus. Ja. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, bei dem RealXPro Game, da gäbe es eine Folge, wo er nackt vor der Facecam sitzt. Ernsthaft? Ich hatte kein T-Shirt an. Es war warm. Ja, jetzt sagt er wieder so, nur kein T-Shirt, ja. Aber das ist dann wieder verboten. Zu uns sagte, ja, sorry, die Boxershorts war auch ein bisschen zu eng. Jetzt auf einmal heißt es nur kein T-Shirt, ne? Bin ich dann immer das Buhmännchen, nur weil ich keine Hose anhatte? Äh, kein T-Shirt. Ja, ja. Verplappert, verplappert. Ich hab mir gestern aus Jux und Dollerei nochmal die, ähm, Wer wird einem in der Folge von Let's Tuddle angesehen? Ja, da auch schon. Wo ja die letzte Fake-Frage an Cuddle ging mit, Wie wird man in Minecraft zum Verräter? Wenn man ohne Hose spielt, wenn man Creeper spawnt, wenn man einen Baum fällt, oder wenn man Slash Heal eingibt. Und was war's? Slash Heal, denn der Jerrikash hat im PvP die ganze Zeit Slash Heal gemacht und Cuddle hat sich gewundert, warum der Typ nicht verrenkt. Warum hat Jux und Dollerei gespielt? Hey, Mario, schreib's einfach nicht zurück. So, hat's irgendwer... Ähm, ich bin mal so lieb, ich mach'n kleinen Cut und schick dir das, okay? Yay! Damit er weit spielen kann. Achso, wir haben 15 Minuten. Ich hab' ja gestern die ganze Zeit gefragt, warum das so verschwommenes Bild hat. Es ist schon 15 Minuten, um, wir haben ja nichts geschafft, ey. Also, ich hab' schon hier relativ viel geschafft. Ich hab' auch ganz schön was geschafft. Ich hab' am meisten geschafft. Ich hab' jetzt, äh, 32 Koffer. Also, das Nächste, was ich mir mache, ist ein Generator, eine Madbox, und dann... Das hab' ich alles schon, ich bin schon bei meiner Wasserwerk-Dings dabei. Bei meiner Wasserwerk? Bei meiner Wasserwerk, ja. Ja, irgendeiner hat auch ein Wasserwerk hier schon gebaut, ein so'n Wasserkraftwerk. Outdate-Client. Outdate-Client. Soll. Du bist gut vorbereitet. Ja. Also, der Adrian, der hat eine super-mega-vorbereitete Folge. Ja, deswegen, und das Geilste ist einfach noch, ich hab's, ich hab noch nicht meine Folge gerade, also. Aber, was bedeutet Outdate-Client? Also, dass da nicht auf dem neuesten Stand ist. Leute, die Englisch können, die... Den klaren Vorteil. Ja. Ich glaub, das können auch Leute noch entziffern, die kein Englisch können. Ja. So, Biest, Wille, sechst, zack. Speichern. Ich war die ganze Zeit, weil ich mich dieses Upgrade war. Du kannst ja jetzt mal aus Nähkästchen plaudern. Ich habe jetzt letztens wieder unter deinen Kommentaren gesehen, dass du jetzt angeblich sogar mit Wuchti zusammen wärst. Was? Was, echt? Ja, eine, eine ganz berühmte Person hat es auch mal wieder unter deinen Kommentaren geschrieben, die vorher mit dir angeblich zusammen gewesen wäre. Oh, hab ich gar nicht gelesen. Nein, bin ich nicht. Auf jeden Fall geht mal ne Aufnahme. Ähm, weiter. So, da sind wir wieder. Hallo. 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 Äh, mach den weg. Ich wollte mir grad einen Eimer bauen. Ach, scheiße. Jetzt weiß du aber nicht mehr, wie das geht, ne? Das war wie eine Hose und so. Ja, ich hab meine Hose ausgezogen. Oh nein, nicht schon wieder. Oder auch in der Pause eben. Ey, ist doch schon wieder Nacht, was soll die Scheiße? Keine Ahnung, ich bin in einer Höhle. Ich komm jetzt aber raus, weil ich so viel Stuff hab. Alkira, du hast doch bestimmt Wasser, was ich mir klauen, äh, nehmen darf, ne? Wasser? Wir sind auf einer Insel, du Vollidion. Ja, neben mir ist Wasser. Ich hab nen Strand. Hör, mein Strand wurde einfach mal irgendwann abgebaut. Ich hab gleich nen Overclocker Upgrade, yeah. Ich mein, du bringst einfach ne längere Folge. Das nervt wirklich. So, wir haben noch ein bisschen Copper. Liebe Copper, wisst ihr das? Copper's geil. Ah ja. Meine FPS fackeln mich ab. Ich brauch Optifine hier auf diesen Dings. Auf dem Server. Ich bin so blind, ich bin hier vorhin langgelaufen. Jetzt hab ich Copper gefunden, ich hab Uranium gefunden. Ich bin einfach so blind. Leute, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie blind ich bin. Hm, mach ich später. Wenn blind das einzigste wäre. Ich muss einfach mal die nackte Ratte da sagen. Und? Lauf, ihr. Lauf, Auer. Binder, das ist genetzt. War ich hier nur? Yeah, ich hab nen Computer. Kein Ausgang. Ey, da machst du dir gleich mit Turtle, ne? Ja, aber ich mach mir grad erstmal nen Overclocker, dingstens, Krams. Damit mein, äh, Fernis schneller ist. Kotz mich grad an, es so langsam ist. Copper. Wo ist das Wasser hin? Ah, geht doch. Bist du wenigstens so schlau machst du in der unendlichen Wasserquelle? Nö. Dann müsste ich öfter nachden. Dafür brauchst du zweimal laufen. Zwei Wasser brauchst du nur dafür. Also egal, wessen Grundstück das hier ist. Ähm, ähm, von, von, ich hab seinen Namen vergessen. Nein! Warte, ich guck mal auf sein Schild. Auf jeden Fall, äh, das Programm, was seine Turtle durchgelaufen hat. Das ist der Baumeister, Magi. Das hast du dir jetzt einfach mal gehört. Auf jeden Fall, äh, sein Programm ist ein bisschen fail. Warum? Normalerweise sollte sein Turtle die kompletten Sachen in die Kiste legen, aber nix da. War die Kiste voll? Nein, die Kiste ist leer, die Turtle ist voll. Ach so. Und das heißt, dass alle Sachen, die nicht von der Turtle eingesammelt werden konnten, weg sind. Ja, ich hab ein viel größeres Problem. Sollten wir ihm nachher mal schreiben. Warum geht mein Messerwetter, äh, mein Messerwetter nicht an meine Badbox? Ach, ich bin so doof, ich bin so doof, ich bin so doof. Weil, äh, das Kabel an der richtigen Stelle an der Badbox sein muss. Eben. Und einer von euch Redstone? Siehste, fragt die Frau, ich kenne mich aus, ich hab auch, ich hab auch ganz viel. Kannst du mir was ausleihen? Ich. Ich? Du hast gesagt, ich bin ein arroganter YouTuber. Komm zu mir, Schatzi. Okay. Du brauchst das Serum? Du brauchst das Serum? Du brauchst das Serum? Ich komm zum Zaun. Oh, das ist nett. Na, der Nachbarn, wie viel Brass du denn? Äh, ich brauche, wenn es geht, zehn oder zwölf. Ich kriege Schaden, wenn ich das an Mesurator schließe. Ich hab grad L, weil ich kann auch holen. Und kriege ich den Schaden. Wahrscheinlich, weil es nicht isoliert ist, oder? So, hier noch mehr. Bitte, schnucki. Muss das Kabel, du isoliert sein? Das ist eine Menge. Ja, ich bin nett heute. Nee, du bist auch sonst nett. Nee, hab ich gar nicht. Jawohl. Erzähl meinen Abonnenten nicht so ein Scheiß, ey. Ignoriert mich nicht, ich schweine. Siehste, ich bin nicht nett. Ey, ich ignorier ihn. Oh, äh, Kira, ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich, ich schweiß es dir auch mal an den Zaun. Ihr seid schweine, wisst ihr das? Also. Ich hab immer so ein störnes Geräusch im Hintergrund, du auch? Das Schöne ist, du hast ihn vorher leise gedreht. Wir haben doch hier die Festung drunter. Weißt, ich werde, man hört mich bei... Ja, das Schilds, kann ich mal länger machen. Wenn ihr nicht als 1.5.2? Heißt auch Fiete Beast, außerdem spielen wir auf 1.4.7. Nein, der Server ist aber auf 1.5. Nein. Nein, der ist auf 1.4.7. Dann hast du mir den falschen Server gegeben, Danny. Nein, ich hab dir die gegeben, was bei mir auch steht. Aber die steht bei mir, dass sie auf 1.5.2 ist. Hä? Das ist komisch. So, wie macht man denn ein Overclocker-Update? So, wie viel Holz hab ich denn überhaupt noch? Äh, da hab ich noch ein bisschen Rubber. Ja, das soll man normalerweise nicht tun, man kann es ja extrahieren. Aber nö, ist mir egal, ich mach daraus jetzt Pre-Trap. Hm, Turtle. Braue ich mir natürlich nicht, weil Odin die sonst nämlich ausraubt. Ich raube keine Turtle, so die Räume, die sie machen. Diamantshacke für, ja, ne? Nein. Nee, kannst du jede Hacke nehmen. Äh, du kannst nur Rubin oder Saphir oder Smaragd machen. Die ist genauso stark wie Diamant. Ach, ich kann mir doch sogar locker eine machen, Alter. Ja. Ja, mein erstes Overclocker-Upgrade. Mach nur ein bisschen Sand. Hat für eine Glasscheibe für mich? Tut mir leid, ich habe nicht gerade so viele Glasscheiben in meiner Hosentasche. Das Overclocker-Upgrade macht jetzt nicht so viel, ne? Oh, doch beim Furnace. Beim Macerator-Wand. Achso. Ach, egal. Auch immer dieses Skelette. Alkira, du bist ein Glas für mich, also eine Platte. Äh, ja, meinst du Glas oder Glasscheibe? Eine Glasscheibe. Ach, ich bin sogar im Inventar. Hier bekommt man ein bisschen Redstone dafür. Fleisch wäre mir lieber, ich habe Redstone. Also, bei mir sieht man jetzt erstmal den größten Rubberbaum überhaupt. Ah, dankeschön. Ich habe eben schon bei BrainPilz-Suppen geklaut, ohne dass er es mitgekriegt hat. Ich weiß mir, aber ja gar nicht. Gefängnis. Ich habe genug Essen, also. Und sie haben mir jetzt auch Redstone gegeben. Ich habe dir wenigstens neue Suppen gemacht, damit es nicht auffällt. Wie lange nehmen wir eigentlich auf? Also, ich bin bei meiner zweiten Folge und in diesem Grad ist schon sechs Minuten. Wir haben wie viele Folgen nehmen wir auf? Keine Ahnung. Also, ich kann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde aufnehmen. Auf 40 Minuten kann ich noch aufnehmen. Ich schließe mich einfach an. Sag mal gleich eine Pause machen, auf dich warten. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Folge hier zu Ende, die ich gerade anfangen habe. Machen wir das. Lass jetzt auch gerade mal das Rubber eben noch schmelzen. Oder, was auch immer man dazu sagen soll. Warte mal, was ich gleich habe. Ah, Eisen und Kissen. Ich brauche Holz. Da mangelt es an Holz. Das gibt es doch nicht. Warte mal, was ich gleich habe. Ich hatte es schon mal schlimm. Mir mangelte es mal auf einem Server an Erde. An die IP, die du mir gegeben hast, da steht Choleacraft 2.0. Hat vier Slots. Hä? Habe ich mich vertippt? Eigentlich nicht. Anscheinend schon. Das ist doch genau die, die du mir geschickt hast. Jetzt wissen die ungefähr unsere IP. Nein, unsere ist ganz anders. Ja, aber nein, das ist einfach nur ein Name bei der IP, du. Die freuen sich, dass sie jetzt gratis Werbung haben. Ja. Jetzt werden die die ganze Zeit zugespampt. Dann darf ich auf euren Server. Geht nicht auf den Server, der ist scheiße. Baaah, ich habe was ganz cooles. Was Odin nicht hat. Ich mache mir jetzt erstmal ein Electric. Ach nein, ein Eisen-Furnace. Oh, ja, ich brauche natürlich auch Kohle da drin. Los, arbeite! So, jetzt... Oh, ich vergesse das immer wieder. Eisen, Eisen. Das Rezept von der Turtle. Ich habe auch eine. Ich habe gleich auch eine. Ich bin einfach mal viel weiter als du, wo du hier schon viel länger bist. Ja, ich war ja auch viel abgelenkt, durch euch zum Beispiel. Eisen, Computer. Greenstone, Woodstone. Ja, du sollst aber auch nicht immer mein Skype-Bild angucken, wenn du hier aufnimmst. Ja, aber ich kann auch nicht anders. Ja, hin und wieder musste ich auch mal gruseln. Was braucht man für einen Magie-Tisch? Äh, Magie. Ja. Und einen Tisch. Kommt drauf an, äh, welchen meinst du jetzt als Computer? Wie heißt der? Dieses Buch, wo ungespielt immer so Sachen reinwirft, denkst du? Äh, es ist einfach so ein Table. Das sind zwei Tables, wo du ein Scripting-Tool drauf tust. Dafür brauchst du eine Feder, eine Viola oder eine Glasflasche und ein Tintensack. Ach so, ich sollte Kohle auch mitnehmen, wenn ich mit Töte starten will. Gut zu wissen, danke dir. Und Mario, der antwortet einfach nicht. Ja, voll unnütlich. Ey, das ist richtig. Der antwortet mir gar nicht, also das ist... Der mag dich nicht. Genau so wie dieser Adrien, weiß der kaum was auf dem Server, kriegt er nichts auf der Reihe hier. Ich bin noch nicht mehr auf dem Server. Ich kann nicht meine Aufnahme anständig machen. Irgendwie, ne? Ja, meine Töte arbeitet. Meine Töte hat die Blume kaputt gemacht. Gib mir die Blume. Meine arbeitet auch. Also, die buddelt sich jetzt bis zum Bedrock. Ja, aber einfach mal übelste wenigst. Hast du den Excavate gegeben oder hast du ihr Tunnel? Excavate 3. Wie groß hast du ihr Excavate gemacht? 3. Die sollst du mal da unten und dann mach ich Tunnel. Das Problem wird bei Excavate sein. Die spuckt das oben einfach aus. Ich weiß. Ich kenn das. Ich bin kein Kacknoob. Nicht so wie der Kilian. Ich bin auch kein Kacknoob. Nicht immer. Toll. Dann ist mein Mace-Avater stehen geblieben. Ach, die Energie ist leer. Ach, mein Wasserwerk liefert die ganze Zeit gut Energie. Leute, falls ihr denkt, dass ich und Kilian uns nicht mögen, das stimmt nicht. Ich hasse ihn. Wir hassen uns. So sieht's aus. Und dann machen wir jetzt mal eine Badbox. Apropos, wie lang geht die Folge? 10 Minuten. Achso, vor allem, du bist weiter als ich, ne? Dafür hab ich schon eine Dia, Hacker und Verzauberungstisch, ja? Ich bin weiter als du. Ich hatte siebzehn Diamanten, mach's nach. Siebzehn? Ja, äh, äh, vierzehn ausleihen, dann mach ich mir ne Crowley. Ne, ich hab die alle verschenkt. Oh. Fürs Retten. Dafür hab ich Energie. Hab sie alle Mario gegeben, dafür dass er mich gerettet hat und ich nicht gestorben bin. Hast du denn schon Energie? Ne, na, nicht weiter. Weißt du, jetzt ignoriert ihr mich einfach eiskalt? Ich hab doch nein gesagt. Schnucki. Ich fühle mich auch grad voll von Mario ignoriert, das ist irgendwie voll scheiße gerade. Das hab ich auch manchmal, dass ich mich von ihm ignoriert fühle. Ich fühle mich extrem von ihm ignoriert, er hat noch nie mit mir geschrieben. Er guckt grad, äh, irgendeinen Livestream. Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, weil ich keine Werbung machen will, ne? Wahrscheinlich liegt auf Legends. Ne, von einem Minecrafter. Keine Ahnung. Gönn Tag ist heute? Samstag. Samstag. Das war so eigentlich mit unspielts. Der fängt mit D an. Äh, jetzt ist er noch auf Twitch gebannt. Ja, ich glaube ja. Der fängt mit D an, der YouTuber. Ah, ne, der kann er nicht. Wir wollen keine Werbung machen hier. Komm, jetzt hab ich sogar noch mehr Energie, jetzt hab ich nicht noch zwei Worte mehr. So, ähm, erstmal benennen. Aber, Jenny, du kannst ja, wenn du willst, ein Kabel legen zu deinem Grundstück. Von meinem. Da musst du nur 1000 Bedboxen dazwischen machen. Ja, oder Glasfaser. Äh. Ne, ne, ne. Ich mach mir Geothermal und dann mach ich mir Solar. Das ist aber ungesund. Wieso? Das hab ich gehört. Ach, Quatsch. Ich hab kein Eisenmehr. Ähm, Tin und Redstone. Ich merke, dass ich doch schon lange kein Vizepist mehr gespielt hab. Ich auch nicht. Soll ich mal privat mehr spielen. So, ähm. Ach, ich kein Tin mehr. Doch. Den hab ich noch. Ich dachte, das kann ich dir geben, aber ich bräuchte noch zwei Eisenmehr. Ich hab ein Steak Eisen, hab ich. Das kann ich dir geben. Dann kriegst du, was willst du haben? Ich hab ein bisschen. Willst du Magie trauen? Essen hab ich selbst nicht. Aber ich kann dir, äh, Appetit, was auch immer das ist. Ich glaub nicht, dass sie sich eine Düngerform machen. Oder irgendwelche Shards oder Ember oder... Ja, Schatz. Ich nehm Schatz. Alle. Was für welche? Alle. Denn ich werde keine Magie machen. Ich werde von auf Technik gehen. Ja, dann erst recht. Du bist dann der neue Kev, ne? Ja. Dann kannst du mir meine Shards geben und wenn ich dann, äh, tolles Werkzeug hab, dann kann ich dir ja was herstellen. Gut. Ja. Wie viel Eisen brauchst du? Warte mal, ich brauch noch zwei... Fünf. Werf dir die Shards schon mal drüber. Warte, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich hoffe, dass, ähm, meine Zuschauer nicht gelangweilt sind, wenn ich jetzt gleich einmal auf DIA-Ebene gehe und meine Turtle losschicke. Doch, langweilig. Ja. Derbo. Hast mich nicht mal abonniert, du Dreckst, Bruder. Lass mich nicht abonniert. Nein, hast du nicht. Ich kann dir sogar einen Screenshot schicken. Ja, schick mir nachher einen Screenshot. Mach ich. Jetzt ist er eh wieder der Kleine. Wie sie sich wieder lieb haben. So was kann ich ein Nachbarn. Was sehen? Das ist einfach dieser Nachbarschaftskrieg. Sein kleiner Zwerg da hinten, der guckt mir auch immer so komisch an. Was sind Zwerg? Nur zum Gartenzwerg bestimmt. Ich hab doch auch Gartenzwerg, also zum Gartenzwerg. Wollte ich denn jetzt bauen, bin hier zu blöd und das Rezept? So, ach, genau. Ich hab einfach das Rezept nicht mehr. So dämlich. Könnte fast Rudi sein. Ich hab mir noch eine Hacke machen, eben raus. Davon hab ich zwei, davon hab ich zwei. Ich hab mir eine Eisenhacke machen, das bringt mir gar nichts. Oh. Ja, die Turtle ist schon weit. Apropos, da müsste ich gleich auch nochmal gucken. Da muss ich erstmal heil runterkommen. Ich glaub, ich brauche viele Leitern. Grazmann, was ich gleich noch habe. Einen Ständer. Nein. Noch mehr Watermilz. Was willst du mit Wasserkraft? Eine Wasserkraftanlage bringt kaum Strom. Hab ich ja auch schon gesagt, er hört aber nicht. Meine Turtle ist gerade hochgekommen. Nein, sie ist drunter gefallen. Ach, der schreit doch nicht so. Aber meine Turtle ist nicht so. Scheiße. Dann nimm dir jetzt einen Wassereimer, platziere ihn an der Kante und Geh hinterher. So eine Scheiße. Bei mir hört man, dass ich noch kränkelig bin. Oh, ich bin so doof. Oh, das ist jetzt eigentlich mal ein. Mann, ich hab keine unendliche Wasserquelle. Egal, ich zapte sie einfach mal kurz von der Energie ab. So. Wie lange sind wir jetzt eigentlich schon? Wow. Da wollte ich immer killen. Oh, das mach ich jetzt noch. Wie weit sind wir schon? Äh, 15, 16 Minuten. Nein, nein. Ich bin gestorben. Haha. So, da würde ich mal jetzt sagen, alle mal diese Folge bei Ihnen liken, weil das ist einfach lustig. Weil er sich letztes Mal noch so drüber lustig gemacht hat, dass ich so oft gestorben bin. Letztes Mal, ich bin jetzt schon bei Folge 7. Bei 7? Ja, ich hab die haben eben schon zwei aufgenommen. Ach ja. So, epische Rettungsaktion, um meine Sachen hier wiederzuholen. Sag, ich lebe mich wieder hoch, ey, das dauert jetzt, ja. Oh ey, hab ich meinen Turtle? Ja. Na toll. So, jetzt hab ich auch ne Bedbox. Das dauert jetzt ja ewig, bis ich wieder hochkomme. Wollen wir dann die Folge beenden und Avrian dazu holen? Gleich, warte bitte. Warte, ich muss erst mal wieder nach oben. Ich bin gleich auf die Ebene und kann dann auch schon zum Abschluss meiner Folge... Ich trinke, ich trinke, ich trinke, ich trinke. So. Nein, 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 ich trinke den Gross. Oh, ich bin so doof. Bin so doof. Ich könnte Odin sein, Alter. So. Ich bin deine Mom. Gibt kein Taschengeld mehr übrigens. Egal, ich hab jetzt YouTube-Money. Ja, toll. Die paar Cent. Nein. Doch. du hast nur ein paar cent an dem tag als sie das ungespielt wie die hochgeladen hätte ich glaube solche bleibt maximal 44 euro bekommen das ist das selber nicht ich komme es 22 in verzauberungstisch danke ich würde es jetzt am main dann wollen wir die folge werden warte ich gleich hoch werden dann können wir auch gleich finden wenn ich oben hängen warte wenn ich oben ich bin kommst du nicht hoch ich ich könnte hochgehen aber ich bin meiner törtel zu sehen wie sie arbeitet und von mir habe übrigens meine törtel auch einen namen gegeben wenn man sie abbaut steht der brain wollen wir beenden wollen wir beenden ja wollen wir danke fürs zuschauen tschau